Willkommen im Spiel- und Gartencenter Aachenthal. Als Inhaber freut es mich Ihnen unser Geschäft und unser Warnsortiment präsentieren zu dürfen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier ein paar Geschenkideen und natürlich alles aktuelle kurz ansehen. Wie Sie auch hier sehen können, unser Deko-Bedarf wird immer mehr. Von Jahr zu Jahr wird es größer, weil die Nachfrage eben dementsprechend auch da ist. Genauso wie in der Spielwarenabteilung, dass beides von unserer Chefin, von meiner Frau hier betreut wird. Ja, bei den Jungs ist natürlich Bruder Lego jedes Jahr ein Renner. Ganz neu, von dem wir uns sehr viel versprechen, ist von der Marke Scout hier eben diese Werkzeuge, die man an eine Gürteltasche hängen kann. Das ist ganz neu. Und eben diese Entdeckungssachen, sprich Walkie-Talkie, Kompass, Lampe und so weiter. Ja, im Feinkostartikel, das ist ja ein neues Sortiment, das wir hier haben. Das ist ein Versuch, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es hat sehr gut eingeschlagen, muss man sagen. Also unsere Feinkostartikel, das ist italienische Feinkost, die wir hier präsentieren über Weine aus dem Burgenland und auch Weine aus der besten Genossenschaft Württembergs. Und ich muss sagen, das läuft sehr, sehr gut. Wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr mal wieder wirklich ein Winter kommt. Aber im Schneefräsenbereich sind wir sehr gut aufgestellt, auch in der Breite. Wir haben hier verschiedene Hersteller von Honda, Yanmar, Ariens, Kanadiana und ganz neu eben diese dreistufigen von Wolf bzw. Karp Kadett. Ja, ganz gefragt ist speziell natürlich im Sommer das Rasenmähen und hier eben ganz speziell die Roboter-Rasenmäher. Wir führen hier verschiedene Marken, eben von Ambrocio, Husqvarna oder Alco. Rasenmäher-Roboter, wie ich schon gesagt habe, wird die Zukunft des Rasenmähen sein, weil man eben keinen Grasschnitt mehr hat und so weiter. Also es sind wirklich viele Vorteile, die so ein Rasenmäher-Roboter mit sich bringt. Speziell der Heizölhandel ist unser größtes Steckenpferd. Hinzu kommt ganz neu eben Premium-Pellets, die wir verkaufen, aber auch unser Brennholz sowie Hartholz, Brikett, Kohlen und so weiter. Bis zum nächsten Mal.